Jo moin Leute, herzlich willkommen zum Predictions, der das Finale der Nesca Camping World Truck Series 2022. Wir sind in Arizona, Phoenix, auf dem Phoenix Raceway in Arizona. Er wohnt in Delhi zu Gast gebaut, die Strecke 1964, eine Meile Streckenlänge. Und die Standings in den Playoffs zu diesem Finale. Der erste Tal Marczewski mit 8 Punkten. Zweiter Shane Smith mit 37 Punkten. Ben Rhodes 17 Punkte. Chandler Smith 28 Punkte. Und unter den Cut auf 5. John Antonimicek mit 24 Punkten. Stuart Friesen ist 16 mit 6. mit 13 Punkten. Grant Ensinger 7. mit 7 Punkten. Dann 8. Christian Eckes ebenfalls 7 Punkte. Darunter Madcrafton auf 9 mit 1 Punkt. Und auf 10 Carsten Hose war mit 5 Punkten. Und alle Plus Null runtergestellt. Also es wird sehr sehr spannend. Was das Finale angeht, der Nesca Cup Camping World Truck Series 2022 auf den Phoenix Raceway. Und das sind die Predictions vom Rennen des Lucas Oil 115. Let's go. Das Rennen gewinnt. Let's go. Das Rennen gewinnt. Let's go. Das Rennen gewinnt. Dritter kommt ins Ziel. Tritter kommt ins Ziel. Matti Benedetto vor Jonathan Danimicek und Fünfter wird Grant Ensinger. Somit heißt der Camping World Truck Series 2022 Champion St. Smith herzlichen Glückwunsch. So, das war's von der Camping World Truck Series der Nesca Season 2022 Predictions. So, mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit euch zu tippen. Ich freu mich schon aufs nächste Jahr und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Es geht kein Abo, dann nehme ich das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis deiner gute Waste. Ciao.